Wär ja so todes weird gewesen dann. Ja, ja. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich bleib hier. Nice. Ich war, ich war mal der Spy. Oh, warte mal. Ist er gewendet gerade? Hm. Ich habe einfach ein Upgrade bekommen. Sehr gut Dalu. Ich laufe mal rein. Ich glaube die Wands hier sind ganz nice. Das Problem ist, dass die Imposter jetzt eigentlich wissen müssen, dass ich Zeitgek bin, ne? Aber die kommen eigentlich drauf. Die kommen eigentlich drauf. Ja. 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 Ja, ja. 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 reingepackt ja schon eingepackt dann kann ich glaube ich rausnehmen dann können wir wahrscheinlich rausnehmen oh gott war so war auch in hallo ich glaube tim war da und nun in der kam genau 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 durch habe ich ja zurückgelassen war sogar auch die cam an cam ist an ja die ich stehe da bei den kabeln bei navigation dann hättest du mich da sehen müssen ich gesehen abon cam ist momenti heute ich hab's was haben bad und berito gemeinsam welche rolle fängt noch mit b an das kann kein zufall sein ich habe nicht gerade lesen also du bist die nächste die haben das kann tatsächlich sein weil ich bin da gerade noch durchgegangen da war noch nix jeff wo liegt die denn ganz genau also steht da so und ich denke ich konnte dann hatte ich den report button bekommen also müsste klar hatte jetzt rechts unten koholz war klar nein nein nicht mehr nicht mehr so von rechts nach links gelaufen und da habe ich den report button kommen also er kann irgendwo auf der linken seite liegen okay ist von rechts nach links ich weiß nur die zweite leistung wurde auch schon in dem post wurde war halt vor vier sekunden aus dingens rausgelaufen laufen aus atmen da und terse kann es nicht gewesen sein der war noch da los den jedi-ritter warum hast du nicht reportet wenn die in kommst das ich habe die andere leider nicht gesehen ich bin von atmen runtergelaufen in kommst ich weiß nicht wo die in storage liegt aber ich meine ja warum hast du den nicht in kommst reporter ach so ich bin wollte gerade reporten bin gerade reingelaufen ich habe ein report button gekriegt kommen es liegt eine leiche ja scheinbar ich wollte zum download das macht aber die leute die auf der linken seite waren ziemlich safe das stimmt übrigens aus ich war auch links auf der reichner weil ich bin ja noch jetzt haben die hier zugemacht die schweine trickster ist ja auch jeff behalte das hier mal im auge ne jeff und sakuri sind hier schandau und shorty laufen zusammen herum macht lumi denn jetzt shorty und lumi stehen hier oh lumi hat irgendwas auf shorty drauf gemacht gerade oder schild oder so vielleicht schild track shift lumi und shorty haben sich geschifftet glaube ich ich I doubt it. Hallo, George ist ne Trixerbox. Oh, es wurde ganz viel gegessen. Aber das dritte B lebt noch. Er hat nen Button gedrückt und ist gestorben. Was? Der lebt bei mir. Nee, er wartet für nen Guess einfach. Nee, er ist muted einfach. Okay, dann ist er vielleicht doch beim Button gestorben. Äh, Moment. Ich bin tot. Also, falls ihr es wirklich nicht sieht, ich bin wirklich tot. Aber ich hab noch das Voting-Menü. Aber ich sag mal wirklich nicht. Also, ich bin wirklich tot. Okay. Dann sag ich was. Warum denn ich, Lumi? Ich war doch mit dir in Office. Aber du bist doch hochgegangen gerade in die Cafeteria. Aber ich bin doch schon bei Cam. Nee, nee, nee. Also, so schnell kamst du, sind doch nicht zu Cam. Dann müsste das gar nicht sein. Was? Nee, ich hab gar nichts gesehen. Ich war links eingesperrt. Die Cam, nämlich als wir in Office waren, da war einer in Cam, aber die Cam waren nicht an. Deswegen hab ich vor die so gewiggelt, Lumi. Ja, nee, sorry, da bin ich ein Lumi-Kopf hier. Franzi, wolltest du was sagen? Ja, ich glaube, entweder, also wenn Dalu tot ist, dann glaube ich, Dalu war, ähm, der Esser hier, der, äh, Vulture. Der Esser. Der Esser. Ja, der Esser. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass Vivi Imposter war. Oder ist. Also einer von euch beiden muss auf jeden Fall die Leiche gegessen haben, weil als du rechts den Alarm gemacht hast, lag hinter dir eine Leiche. Ich kam an und wollte eigentlich reporten, ja. Und als ich auf ihr Port gedrückt hab... Ja, dann wär ich ja nicht stehen geblieben und hätte die Leiche gemacht. Äh, die Leiche. Wahnsinn, ja. Tim, ich hab dich getrackt. Warst du mich auch gerade in der Cafeteria? Aber das Ding ist, aber das... Aber das Ding ist, Dalu hat die gegessen. Weil da war nämlich nur noch ich da. Und deswegen, ich weiß halt nicht, mir kam halt auch keiner entgegen. Also ich bin durch die... Gut, das war auch Trickster-Light in dem Moment aus. Ich hab halt nichts gesehen. Und warum hast du mich zwischenzeitlich so verfolgt? Ich hatte echt Schiss vor dir. Weil ich gucken wollte, was du machst. Wait, ist nicht gerade Sakuri gerade durch mich in Storage durch in das Hoch zur Cafeteria? Also ich bin's auf jeden Fall nicht. Das kann ich euch sagen. Ich hab Tim getrackt, der war gerade Cafeteria, oder nicht? Nein, ich bin mit Lunatic in Mad Bay. Jetzt gerade, ja. Ne, nicht mehr, oder? War dann jemand von euch in Pan? Du bist du nicht mehr. Ne, ne, der Pfeiler hat am Ende akkursiert, da warst du nicht in Mad Bay. Er konnte nicht in die Camps rein und nicht nach oben. Das war alles so und dann bin ich unten zu Franz E. Das glaub ich nicht. Doch, doch. Ja, Freunde, ich bin mal raus. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hab's erst schon. Ja, danke euch. Ciao. Tschüss, Pastor. Reporten wir den? Ne, lass einfach liegen, oder? Lass einfach liegen, lass. Aber denk an den. Wie, lass einfach liegen? Kann den jemand essen? Kann den jemand essen? Kann den jemand essen? Nein, warte, warte. Kein Überallismus ist strafbar, Leute. Durch das, Mann. Das muss jemand, jemand hat Ahnung davon, so, und hat die hier hingelegt. Das ist komplett, das ist komplett frech. Das hier, so ein ganz kleines bisschen sieht man die. Und ich weiß, dass Sakuri, Sakuri hat gute Tricksterboxen, glaub ich. Die weiß, die weiß, glaub ich, wo man gute Tricksterboxen hat. Tim, Tim liegt im Met... Oh mein Gott, nein, nein, nicht reden, nicht reden, nicht reden, bitte nicht reden, können wir einfach alles skippen. Hä? Warum? Ich hab auch so... Ja, aber ich wollte gerade Tim reporten. Nein, 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 ich hab, ich hab auch so gesehen, da, du seid nur gleich gereportet. Das ist ja nicht schlimm, ich hätte jetzt eh Tim reportet. Tim liegt im Metbay. Ich war handcuffed. Irgendjemand hat mich, äh, verhaftet. Und... Hättet ihr ja eigentlich Tim reporten können, oder? Ja, deswegen steh ich ja die ganze Zeit im Metbay und... Nein, ich steh da und wiggle die ganze Zeit auf der Leiche. Ja, ey, dann könnt ihr eventuell Flesk und Lumenti rausnehmen. Ich hab grad noch gesagt. Ja, weil ich das immer wieder reportet. Alles gut. Ja, alles gut. Ja, Vivi und wer war noch da? Lumi? Ich war in Electrical, ja. Jeff war Storage mit mir, Vivi und Lumi. War's aber auch dann, uns unten dann, der, glaub ich. Ich glaub, ich weiß, wer Imposter ist, doch. Wer denn? Also, Jeff stand vor Electric während Lightout und hat einfach vor Electric komplett... Ah ja, ich war auch grad unten bei Electrical, tschu. Ich hab Jeff auch mal gesehen. Darf ich dich mal was fragen? Das ist jetzt echt fies, dass ich jetzt frage. Aber es ist auch ein kleines Kompliment. Du kennst dich sehr gut mit Trickster-Boxen aus, oder? Ja. Ich hab da nämlich eine gefunden, die ist ja so frech hingelegt. Aber... Ist das die im Storage? Ja. Hab ich doch vorhin schon gesagt. Ist okay, wenn wir zu Electrical gelaufen sind, ne? Ja, genau. Ja, die ist ja richtig frech. Und die zweite ist, ähm, ganz links unten, wo man dieses... Ding sie anstellen muss. Ja, das ist auch die einzige, die ich bisher gefunden hab. Jeffy, warum standest du denn so vor Electric ohne Electric machen zu wollen? Ich kann doch einfach da stehen. Ja, aber warum machst du das Licht nicht an? Aber wir können ja gar nicht skippen. Aber ich hab dich nicht gewöhnt, wo warst du? Das Licht ging nicht an, weil es Trickster-Light war. Ey, wir haben ja kein Meeting mehr, Leute, oder? Deswegen ging das Licht nicht an. Also das erste Licht hab ich gefixt und dann ging gleich im Anschluss Trickster-Light aus, dass man es gar nicht gesehen hat. Ja. Ja, ein Safe-Dings haben wir auf jeden Fall noch. Ein Safe-Is-Meeting. Echt? Wurde nicht eins gepusht? Von Dalu? Ja, von Dalu, aber haben wir zwei oder einen? Eins, oder? Außer der Mayor. Ja, von Dalu. Ja, gute Frage. Was machen wir jetzt? Da unten, genau. Vielleicht hast du etwa den Bait gekillt? Nee. Ich glaube, Sakuri ist böse. Echt? Warum? Weil ich vor der Trickster-Box stehe und warte, dass da jemand rauskommt? Mhm. Ah, okay. Aber ich kann für den Kill auf jeden Fall rausgenommen werden, weil ich die ganze Zeit da stand. Ja, okay. Den Punkt gebe ich dir. Wer stand da noch? Shorty, glaube ich? Ja, ganz kurz. Also, Sakuri, Jeff stand da vorhin noch, Luni und Basso. Und Basso und Jeff sind zu Electric gelaufen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, falls der Kill gerade gefallen ist bei euch, dann kann ich Jeff rausnehmen, weil ich stehe mit Jeff an Electrical dran. Nee, bei uns ist er nicht gefallen. Ach so, der ist nicht bei... Hä? Nee, nee. Aber Vlesk war doch gerade unten links bei allen dabei, oder nicht? Shorty. Nee, ich war in Kateria. Das war Shorty. Nee, du hast doch wahrscheinlich die Krone von Shorty gesehen. Ja, das war Shorty. Ach so. Also Shorty und, äh, Sakuri kann ich auf jeden Fall rausnehmen. Ja, ich kann Jeff rausnehmen. Ja. Ja, dann kann's ja nur noch Lesk, oder? Können wir trotzdem Jeff rausnehmen? Also ich war... War Franzi unten links bei uns? Ich war kurz unten links, äh, Shorty hat mich glaube ich auch gesehen, aber ich bin direkt... Also ich hab euch gesehen, dachte so, oh, da ist fett Party, da wird reingestochen, weil dann auch was Schüchserleid rausging. Ja, das dachte ich auch. Jetzt hab ich Angst und dann bin ich nach oben Richtung Security gelaufen. Und wo, wo hat Vlesk Lumi reported? Ähm, am Download-Button in Admin. Ah, ja. Mhm. Weil wir sind halt... Ich glaub, das ist ein Bait. Mhm. Kommt halt drauf an, wie lange sie da schon liegt, ne? Nee, es ist kein Bait. Mhm. Ich bin sicher, dass es kein Bait ist? Ja, ich hab instant reported, Sally, das kann kein Bait sein. Ein Bait geht dann nach drei Sekunden an. Ich hab nach einer Sekunde reported. Ah ja, gut. Dann kannst du verstehen, dass das der Bait ist und dann hast du mit Absicht reportet, dass zum Beispiel der Seer nicht drauf reagieren kann. Weil wir können ja keinen Warlock haben, weil wir ja Twixler haben. Mhm. Mhm. Ich hab getötet, ich hab getötet. Naja, gut. Okay. Oh nein. Er skippt mir besser gewesen, ihr votet grad in Sheriff. Lumi war zum dritten Mal in der Runde am Download. Die war Jackal oder Imposter. Tschüss. Oh. Sag das doch. Ja, wir haben halt eine Liebe gestern noch drinnen. So, ich wollte nicht rausfliegen, dachte ihr, ignoriert das einfach. Aber ist natürlich auch nicht eure Schuld. Was soll ich machen? Na ja. Was soll ich machen? Da. Oh nein. Naja, was soll ich machen, ne? Das ist mir so random. Oh, James! Ja. Was denn du reinlässt? Fuck. Ich wusste von anderen, dass der Flester Jackal ist. Ich wusste von der ersten Runde, dass der Flester Jackal ist, weil er Spy war und nächste Runde dann Coolman. Aber hast du ein Klee gemacht, Jeff? Ja, ich hab gerade ein Klee gemacht. Ah, jetzt gerade. Aber davor keine, oder? Das hat mich so verwirrt, weil du hast keine Kills gemacht. Und ich hab gedacht, du musst dir das bei sein, wenn du keine Kills machst. Nein, nein, ich war bei, deswegen war ich ja weg. Ich wollte die ganze Zeit flessen, aber ich wusste nicht, ob der Jackal schon tot ist. Und ich dachte mir so, boah, mach ich jetzt Sidekick? Oder wann ist der Jackal jetzt schon draußen? Dann mach ich einen Kill, dann stech ich natürlich im Bait rein. Ich hab vor allem noch so schon angekündigt, ja, wir haben auf jeden Fall safe noch ein Meeting. Weil ich dachte, irgendwer checkt halt, dass einfach der Bait dann sein wird, dass mich jemand reportet so. Hey, ich hab Darlucat in der Sekunde gekillt, wo er den Button gedrückt hat. Mann, ich hab gesehen, wie Vivi gefressen hatte. Ja? Und dann hab ich Vivi rausgebaitet. Ich so, komm Chantau, komm mal her. Ich geh Chantau und warte. Und wer kommt angelaufen? Ja, ich hatte Hunger. Sche Summe masculin. Wir lernen immer in dervio antwort